Ich hasse dieses 2,5-D-Gerödel. Ja, ich hab's ja, ich hab's aber. Das ist gut. Oh, nee, noch will ich nicht geg... Na, noch will ich nicht geg... Na, jetzt. Ach, leck mich doch an euch hier. Ups, noch hab ich gar nicht gesehen. Gibt aber viele Frischwünschen hier. Aber das muss ich irgendwann mal noch machen, wenn ich mal bessere Nerven hab. Ähm, machen wir mal den hinweg. Der hält jetzt wenigstens aus. Sag ich doch. So, dann machen wir den mal weg. Der hält am zweit wenigsten aus. So, und dann haben wir bloß noch Donkey Kong in Ketten gelegt. Okay, King Kong, zeig, was du kannst. Auu, auu. Ogo, go, 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 go. Männchen, Fleisch, lecker. Bangs, boings. Du, 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 du. Na, geht noch 30 Erfahrungspunkte, das ist schon mal ganz gut. Was grö, 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 grö. Ist dann gerade nicht gerade so einlotend. Ah, hauen wir dich mal um. Ja, tschüss, gute Nacht. Er bringt ja übrigens nix. Und wir machen jetzt einen Toner-Schläge gegen ihn. 14 Erfahrungspunkte. Dafür steh ich doch früh nicht auf. Ach du Kacke, was bist denn du? Hallo? Ach, schau, wir da alles zu. Na ja, du machst mal. Speichen. Wir speichen. Ja. Fässer-Vulkan. Kruste ist in den Fässer-Vulkan gelangt. Und wird nie mehr herauskommen. So, das scheint mir so, als ob uns jetzt ein etwas... Ach, jetzt bitte nicht. So, gut, danke. Als ob uns jetzt ein Endkampf bevorsteht. Wir schauen mal. Und schauen wir mal, was das jetzt hier wird. Okay, wir machen... Erstmal... Magma muss... Magma muss oder muss er nicht? Stumpf. Na, gucken, was der Stumpf aushält. Wir haben 156 Damage. Wir haben 220 Damage. Und... Wir haben 176 und das Vieh ist weg. Okay. Gut, wir müssen mal schnell ermutigen. Wuhu! Ich bin zu toll! Ich bin zu toll! Ich bin zu schön! Ermutigen. Ich bin zu toll! Ich bin zu toll! Ich bin zu schön! Ich hab noch mal schnell gekackt! Habt ihr das gesehen? Okay. Dann raff... Blech. Luggi, Luggi, Luggi! Und voll in die Fresse. So, sehr schön. Nein, ich möchte jetzt keine Aufmerksamkeit verdubbeln. Ähm... Hm... Mann, du! Wir haben noch runtergeplumst. Ja, wir haben noch runtergeplumst. Dann können wir da noch mal speichern. So. Gut, wir müssen jetzt hin hier. Ah, hier lang. Bin ja mal gespannt, wo uns der Dick hier noch hinführen wird. Ja. Ja. Ja, schönen guten Tag. Wir sind's. Die drei von der Dankstelle. Ja, sagt mal, wo geht's denn hier lang? Können Sie mir das zufällig sagen? Nein? Dann knall ich sie einfach mal ab. Nicht? Ja, das haben sie so verdient. Ähm... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ihr seid zu doof, ihr seid zu blöd. Was? Wer ist denn das hier? Gut, okay. Wir greifen erstmal wieder hier seinen Arsch an. Weil wenn der weg ist, fühle ich mich gleich viel beruhigter und angenehmer. Ja, ja, kieks dich selbst. Dann erst stellt er seinen Arsch zur Wedeln hier. Ich zerbixt dir voll den Arsch. Ich reiße dir den Arsch auf. Nein, oh Mann. Ich will eigentlich den Klumpen der Dreck machen. Naja, machen wir ihn jetzt. Voll die Knache in die Fresse. Ach ja. Wen haben wir denn? Melo Geno erreicht Level 28. Ja, wir gehen natürlich wieder auf Angriff und Verteidigung, wie immer. Na, verdammt. Wo bin ich denn jetzt her? Oh, Schmerz. Na, ja, 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 so. Erfahrungspunkt 14. Na, ja. Lassen wir ihn nach. Ich habe es nicht zu gehen. Oh, welch. Knall pengpuff. Da haben wir es umgeniedelt. Diese kleinen blöden Schweine. Hier machen wir Abwehr. Hier machen wir einen Donnerschlag. So, ja, es ist spannend wie die Nacht. Es ist spannend wie die Hölle. Hier ist mein Zettel von Maze. Den darf ich mich betonen. Da schreibe ich für mich alles auf. Die ganzen dummen kleinen Rätsel. Ohne Lösung. Ich mache mir da meine Notizen. Und dann gucke ich mal süß, süß, süß. Okay. Dann machen wir wieder einen Angriff auf den. Baff. Baff, baff. Oh, ich habe mir die Augen geshypnotisiert. Ich habe mir die Augen geshypnotisiert. Oh, schau doch, schau doch, schau doch. Ich gehe runter rauf, runter rauf. Oh, runter, runter rauf, runter rauf. So, so wirst du es spüren heute Nacht in deinen Därmen. Okay. Ermutigen. Oh, ich habe mich eingekackt. Ermutigen. Oh, ich habe mich eingekackt. So, kein Problem, Freunde. Kein Problem für uns, alter Raubbeine. Wir, wir Helden der See. Wir Bezwinger der Ozeane. Wir, 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 die drei, die gerne Bier trinken. Eine Fruchtbombe. Juhu, ich habe eine Fruchtbombe. Jetzt wäre es mir lieber. Ach, verdammt. Ich bleibe immer nur Koffe klingen. Das nervt. Warum fliehen? Ach, nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte ja hier vorne so ein Stachelschwein. Ach, Mannu. Ja, ja, kieks dich selbst. Pieks! Jee, ich habe dich voll gepieksed. Hihihi. Du, blöde Sau. Attacke up. Oh, mein Dornerschlag gegen die. Mal sehen, was das bringt. Na gut. Die, die Kleinen reicht's. Das ist ein ganz schön langer Level, oder? Durch, durch das. Da geht ja ewig. Ach, hier haben wir wieder die drei Hübschen. Ah, es kommt den hier weg. Buff, buff. So. Dann haben wir mal den hier weg. Ach, verdammt verdrückt. Und dann haben wir den hier weg. Ja. Und Donkey Kong. Ugo, ugo, ugo. Ich Donkey. Ich Godzilla, Mann. Zum. Da. Buh. 300 Tier Damage. Boah, ey, Freunde. Das knallt rein, wat? Das haut einen voll in die Fresse. Meine Güte. Na, springen. Ach, Kinder, das nervt. So, machen wir hier einen Angriff drauf. Ja, 162, ganz gut. Machen wir hier noch einen Angriff drauf. Dann machen wir jetzt hier erstmal einen Dornerschlag gegen alle. Muss jetzt eigentlich gewesen sein, theoretisch. Ach, nein, der lebt ja noch. Das Monster wird sauer. Oh, oh. Ihr haben ihn verärgert, Freunde. Schnell, rennt um euer Leben. Das darf's gewesen sein. Aha, das hat er davon. Scheiße. Okay. Na. In. Hinubiou. Hier, da, bruh. Ich dachte, ich hätte es heute gehört. Gott sei Dank, dachte ich, ich sei verrückt. Ich bin Hinubiou. Oh, dieser Ort ist ein einziges entfernt, du. Komm, renn her. Hehehe. Das ist ja fetzig. Hinumarkt. Aha. Cool. Kaufen. Cool, kaufen. Willkommen in einem Geschäft. Na, was hast du denn so? Superpilz. Superpilz. Da schlauggen wir uns gleich mal zu bei den Superpilzen. Meine Nerven. Items verkaufen. Oh, was haben wir denn hier? Willkommen im Hotel. Hey, reiß ich mich ins Zimmer. Warte mal nicht. Kannst nicht bleiben, Mona, Goya. Hau hei ab, du Trottel. Willkommen im Rüstungsgeschäft. Oh, Rüstungsgeschäft. Feuerhemd, Feuerhose, Feuerumhang, Feuerpanser, Feuerkleid. Das kaufen wir nicht alles. Das kaufen wir alles, Freunde. Das machen wir doch gleich mal an. Ausrüstung. Alt, nein. Plüschhemd. Plüschi. Jawohl. Plüschumhang. Feuerumhang. Geht alles nach oben. Geil. Plüschhose. Gegen Feuerhose. Oh, er hat Feuer in der Hose. Gestern gab es Chili. Ach nein, halt. Tauschen wir schnell. Damit wir die Arne ausrüsten. So. Ach man, du. So. Ausrüstung. Wir rüsten aus. Ich habe ein Plüschkleid. Gegen ein Feuerkleid. Wir haben einen Mutpanzer. Gegen einen Feuerpanzer. Das haben wir sehr fein gemacht, meine Frau. Oh, ich wollte auch wieder zurücktauschen. Das haben wir sehr fein gemacht, meine Freunde. So. Geno. Melo. Okay. Und wir verkaufen mal den Furt, was wir mit haben. Hallo, red mit mir. Geno, wo wir kommen, brust du das Geschäft. Items verkaufen. Items? Nein, ach, ich wollte doch gar keine Items verkaufen. Ich wollte doch Waffen verkaufen und Ausrüstung verkaufen. Wulff. Hallo? Ich verkaufen wollte. Hallo? Ich will das verkaufen. Was geht es mir doch auch um? So. Dann haben wir den ganzen überflüssigen Scheiß auch weg. So, aber ich möchte jetzt gerne mal hier ins Hotel. In dem Ohr, ich komme im Hotel. Haha, 30 München. Ja, das ist immer die Nacht, nah, mitzubeleiten. Ich bin so vertrautswürdig. Ich werde auch nicht in der Nacht unter den Bettdickel krabbeln. Nein, werde ich nicht. Du bleibst, Toll. Ich bereite alles vor. Tschüssi. Das ist ja ein tolles Hotel. Guten Morgen. War das nicht ein super gemütlich weiches Bett? Hm? Natürlich ist das ein super gemütlich weiches Bett. Tje, tje. Äh, was haben wir denn hier? Kann man das irgendwie anschauen? Das ist ja cool. Ach, Manu. So. Ah, hier können wir speichern. Das ist sehr toll. Ups. Und wir speichern Fässer Vulkan. Jawohl. So. Ah, noch Bominien. Schauen wir uns in. Ach, du Kacke. Und das... Oh, nein. Ach, Mann. Gut. Attacke. Machen wir erstmal die weg, weil die saugen mir zu viel. So. Ah, scheiße. Okay. Einmal keinen Sauger. Das ist gut. Boah, puh. Das ist ein riesiger Level hier. Meine Nerven. Du. Baff. Oh, oh, oh. Ich hau dich. Mann. Jetzt schlagen wir zurück. Baa. Es ist Schluss mit Gandhi. Okay. Baa. Na. Oh, jetzt habe ich reagiert. Die Steuerung. Die Steuerung reagiert so. Oh, Kacke. Oh, meine Nerven. Das ist so ein hässlicher Dummerlevel. So, weg damit. Diese scheiß 2,5D. Das ist so ein Zackgang. Man kann absolut nicht richtig abschätzen, wo man hinspringt. Das nervt. Okay. Du. Baff. So, jetzt fahren wir runter. Aua. Jetzt müssen wir so noch bis ganz dort hinter durchkämpfen. Oh, mein Gott. Oh, das macht wirklich keinen Spaß gerade. Wir dürfen auch nicht so lange. Mann. Das ist doch. Was ist denn jetzt hier? Ich wäre doch vielleicht blöd. Na, den weg. Tschüss. Nach Nacht. Sehr schön. So. Und jetzt reißen wir dem hier erstmal den Arsch auf. Und zwar jetzt. So. Oh, 264. Das war gut. So, zack. Okay. Und Matsch. Pulv. Weg. Hm, hm. Mann, sind wir gut. Wir sind doch die Besten. Level 27. Der Poser. So. Nein. Ist das jetzt versetzt dort hinten? Ich wollte mich jetzt hier verarschen. Hä? Ich wollte mich jetzt hier dort auch wollen. Ist das jetzt versetzt? Wie kommt man da auf so eine scheiß Idee? In 2,5D versetzte Plattformen zu machen? Ich kriege hier gleich einen Anfall. Ich schmeiße gleich eine Kontrolle an die Wand. Oh, jetzt reagiert dieser scheiß Controller nicht. Ich wäre doch gleich blöde. Nein. Oh, jetzt ist er nicht gesprungen. Er hat nicht reagiert. Ich wäre gleich blöde hier an dieser Stelle. Das ist ja total hässlich. Der ganze Level ist eigentlich nicht gerade berauschen. Ich wäre hier gleich blöd. Dieser ganze Level ist nervt. Ich kann das nicht abschätzen. Ich bin dafür zu blöd oder zu blind. Ich weiß es nicht. Nein. Der reagiert. Mann. Scheiß Teil. Ja, aber deswegen ist es weg. Ich kann nichts dafür, wenn der Controller nicht reagiert. Äh, meine Fresse. Ja, nochmal. Das ist ein Scheiß. Ist das ein Scheiß? Mei, ist das ein Scheiß? So mitten auf dem Eis. Ach nee, mitten auf dem Feuer. So, jetzt fahren wir erstmal runter. Und können wieder alles in vorn machen. Oh, meine Hände. Ach, ich wollte gleich mal aufnehmen. Ja, ja. Erreicht Level 27? Nein! So, okay. Ich gehe jetzt zurück. Ich gehe erstmal speichern. Sind die Fiecher wenigstens weg. Irgendwärts ist kein, ja. MMMM. Ach, wieso weiß ich, ich mache das aufnehmen mit Bause. Ich mache das später. Das überlasse ich mein Zukunftsdicht. Okay, liebe Freunde. Dann danke ich euch bis hierher fürs Zuschauen. Und dann bis später. Ciao. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.